Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wo immer ihr seid, wann immer ihr seid. Danke, dass ihr meine Videos schaut. Mein Name ist Da Vinci Jeremy. Es ist eine Beile her, als ich das jetzt zu meinem Video gemacht habe. Wie viele von euch wahrscheinlich wissen, habe ich momentan persönliche Probleme mit meiner Ex-Frau. Ich habe das Haus verloren. Und ja, jetzt gerade bin ich in Dubai und versuche wieder in den Groove zu kommen. Und ich werde meinen Fokus zu 100% in meine Videos stecken. Weil offensichtlich lag mein Fokus in letzter Zeit darauf, diese ganze Sache einfach zu überstehen, was ich durchgemacht habe. Ich glaube nicht, es gibt mehr, was ich jetzt tun könnte. Meine Rechtsanwälte haben jetzt das Ruder in der Hand und das war's. Ich habe hier alles aufgebaut. Ich werde auch später noch meinen PC aufbauen, um anfangen zu können, Videos zu machen. Und natürlich, ich habe auch meine Server mitgebracht. Die habe ich den ganzen Weg von Chile mitgebracht. Und die muss ich nur aufbauen. Also, das sind die Server hier. Das sind die NUCs. Das Modell von letztem Jahr, weil die haben noch die zwei Eingänge. Und ja, es wird wirklich cool. Ich werde offensichtlich über Bitcoin und Ethereum reden. Und ihr habt sicher mitbekommen, dass Ethereum abgehoben ist. Und ich habe einen Trade mit Chris gemacht gestern. Wenn ihr das verpasst habt, geht rüber und schaut euch das an auf Chris seinem Kanal. Ich habe zwei Videos mit Chris gemacht. Richtig tolle Videos. Ihr müsst euch die definitiv ansehen. Und Bitcoin, wisst ihr was? Bitcoin versucht abzuheben, aber wisst ihr was? Es wird abheben, aber oh Mann. Ich weiß, dass Bitcoin sehr viel höher geht. Wir alle wissen das. Ich meine, ich habe mit einem Angestellten hier geredet, der hier in dem Hotel arbeitet, der interessiert war, Bitcoin zu kaufen, aber er hat sich Sorgen gemacht. Und ich habe ihm erklärt, dass ich vollkommen seine Bedenken verstehen kann. Ich meine, es macht Sinn, dass es etwas Neues und dazu ist das noch etwas, was vorher noch nie existiert hat. Und es ist schwer, in etwas zu investieren, was es vorher noch nie gegeben hat und was so außerhalb des Norms ist. Aber trotz allem ist es das Beste, was man tun kann, weil Bitcoin wird das ganze Geld ersetzen. Und aus den Gründen, wenn ich sehe, dass Bitcoin langsam nach oben geht und die ganzen Altcoins schießen schneller nach oben, dann bin ich glücklich. Wisst ihr warum? Weil ich die Little Old Lady Strategy mache. Und wenn ihr nicht wisst, was das ist, schaut euch das an, indem ihr rüber geht zu www.davinci-codes.net Schrägstrich Videos. Und ihr werdet lernen, wie man mehr Bitcoin machen kann, indem man die Altcoins benutzt. Und weil es Geld sein wird und es eine 99,9% Chance gibt dafür, es macht Sinn, um einfach nur Geld zu machen, mehr Bitcoin zu machen. Das war's. Und die einfach sparen. Und deswegen, du lernst genau, wie du das tust, indem du da rüber gehst. Und es ist frei, absolut frei. Das Einzige, was es dich kostet, ist deine E-Mail-Adresse. Und das war's. Es ist deins, umsonst. Also, geht rüber und schaut euch das an. Die Videos sind etwas alt natürlich. Aber hey, ihr werdet freie Bildung erhalten. Und Bildung ist Bildung, egal was. Also, hoffentlich, wisst ihr was? Ich hoffe, dass ihr alle rüber geht und lernt, wie man Geld macht in Bitcoin und dass ihr anfängt, wenn ihr jetzt noch keine Bitcoin habt, dass ihr jetzt euch welche besorgt, weil, wisst ihr was, das wird die Welt verändern, zum Guten. Und ich bin so glücklich, am Leben zu sein, in dieser Zeit, um zu sehen, wie diese Transformation der Menschheit, die versklavt waren, durch das Geldwährungssystem, jetzt endlich frei zu sein, von dieser Sklaverei. Wenn du Reichtum verdienst in Bitcoin, niemand kann es von dir wegnehmen, niemand kann es transferieren oder Geld drucken. Und ich bin wirklich aufgeregt. Und ich bin aufgeregt, um mehr Videos zu machen heute. Ich werde mehrere Videos heute machen. Also, schaut euch das an. Ich werde auch ein Video machen über die technische Analyse. Und das werde ich tun, weil es eine Weile her, als ich das letzte Mal technische Analyse auf Bitcoin und Ethereum gemacht habe. Und wisst ihr was? Ich mache sogar auch ein paar Altcoins. Also, wenn du möchtest, dass wir dein Lieblings-Altcoin durchnehmen, dann macht sicher, dass ihr einen Kommentar in der Kommentarbox hinterlässt und drückt Gefällt mir, weil der Coin, der am meisten Likes bekommt, den werden wir durchnehmen in der nächsten Sendung und dann werde ich technische Analysen auf deinen Altcoin machen. Also ja, macht sicher, dass ihr das tut, sodass ihr technische Analysen kriegt auf euren Coin, weil sehr viele Altcoins sind am explodieren und das ist eine tolle Zeit, in den Altcoins zu sein. Also, ich freue mich da drauf und ich werde auch mein Portfolio durchsehen, um zu sehen, was explodiert ist, weil sehr viele Sachen sind explodiert in der letzten Zeit. Es ist verrückt da draußen. Mein Portfolio, oh mein Gott, wenn du Zugang zu meinem Portfolio hast, was du nur hast, wenn du abonniert bist zu davincij15.com und wenn du abonniert bist, schau dir mein Portfolio an, das ist verrückt, oder? Ich weiß, ich weiß, wow. Es ist einfach nur wahnsinnig und du kannst genau sehen, was ich gekauft habe und wann ich es verkaufe und so weiter. Also ja, definitiv schaut euch das an und natürlich, wenn ihr interessiert seid am Traden, macht sicher, dass ihr euch bei Byband anmeldet, weil ihr bekommt ein 200 Dollar Bonus. Die Links sind in der Beschreibung von diesem Video und ihr könnt mit diesem 200 Dollar Bonus traden und Profite dadurch erzielen. Wie zum Beispiel mit einem 10x Leverage Trade, dann bekommst du 2000 Dollar. Mit einem 20x Leverage bekommst du 4000 Dollar. Also, und es ist umsonst. Und natürlich, die Profite, die du erzielst, durch diesen Trade kannst du dir auszahlen. Und denk dran, Trading ist sehr riskant. Und also macht sicher, dass ihr nicht über euren 200 Dollar Bonus geht, den ihr habt. Und es dauert nur 30 Sekunden, um sich anzumelden, um diesen Bonus zu erhalten. Und ja, schaut euch das an. Also ja, wow. Es war wirklich eine sehr lange Reise. Und ich habe mir den Tag gestern freigenommen und habe den Tag gestern mit Chris verbracht. Und es war eine schöne Zeit. Wir sind zu ein paar Partys gegangen. Ich habe Tone Ways getroffen. Er war bei der Party. Ich habe Carl from the Moon getroffen bei der Party. Und ja, es war wirklich toll. Es ist wirklich schön, um hier zu sein, weil die ganzen Krypto-Leute hier sind. Wisst ihr, die hängen einfach hier ab, haben eine gute Zeit. Und ich habe auch Mo kennengelernt. Das ist ein deutscher Krypto-Youtuber. Und dem geht es wirklich gut hier. Der macht gut hier. Und wow, das ist wirklich der Platz, um zu sein, wenn man in Krypto ist. Ich muss hier bleiben in Dubai. Ich werde vielleicht hier bleiben für immer. Ich weiß noch nicht. Ich habe jetzt noch nicht entschieden. Also, ich werde vielleicht hier bleiben, weil... Oh Mann, wow. Alles ist hier. Jeder ist hier. Und sie haben eine tolle Zeit. Und ich weiß nicht, ob du den Bus gesehen hast, den Van. Wenn du das noch nicht gesehen hast. Ich habe das auf meinem Instagram-Kanal. Und Entschuldigung, ich habe es gedreht und links und rechts, weil ich bin kein Instagramer. Aber ich lerne es. Ich lerne es. Aber schau dir mein Instagram an. Ich habe mein Instagram zurück. Wisst ihr was? Ich habe realisiert, dass mein Glück sich gerade wendet. Mein Glück wendet sich gerade. Ich habe mein Instagram zurück. Und das alles mit der Hilfe von Chris von M&M Krypto. Er ist ein guter Freund. Er steht immer hinter mir. Und er ist immer bereit, mir zu helfen, wann immer ich seine Hilfe brauche. Also ich bin sehr stolz, sein Freund zu sein, um ihm auch zu helfen. Und ja, es war wirklich toll, seitdem ich hier angekommen bin, als ich Chile verlassen habe. Ich kann dir sagen, ich war sehr nervös. Den ganzen Weg hierher war ich sehr nervös. Aber jetzt, wo ich hier bin, bin ich etwas entspannter, relaxter. Und ich freue mich wirklich darauf, mehr Videos zu machen, um zurückzukommen, worauf es ankommt und Spaß zu haben. Weil ich will einfach nur Spaß haben. Bei mir macht es sehr viel Spaß, Videos für euch zu machen. Also trotz allem mit dem gesagt, ich bin in the pipe, 5x5, hier in Dubai. Und ja, wisst ihr was? Ich freue mich wirklich darauf, um Trades zu machen. Aber macht sicher, wenn ihr Trades macht, dass ihr immer von einer starken Position spielt und werdet nicht zerstört. Danke, dass ihr geschaut habt und hoffentlich sehen wir uns sehr bald. Besonders, wenn ihr das live seht. Ich werde das aufbauen, sodass ihr Live-Videos macht. Also macht sicher, dass ihr da seid. Um ein Teil von diesem Live-Stream zu werden. Und der einzige Weg, wie ihr ein Teil davon sein könnt, ist, wenn ihr abonniert zu davincij15.com. Und wenn ihr das tut, dann habt ihr Zugang zu Pandora's Wallet. Danke, dass ihr geschaut habt und wir sehen uns bald. Ciao.